Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Auch einige Abgeordnete aus dem Regierungslager verweigerten dem Gesetz ihre Zustimmung. Dass heute ausgerechnet die Familienministerin beharrlich schwieg, spricht Bände. Denn wie so viele Frauen in Union und FDP gilt auch Schröder nicht gerade als leidenschaftliche Verfechterin des Betreuungsgeldes. Die SPD dagegen schickte ihren Kanzlerkandidaten auf die Rampe. Steinbrück warf der Regierung vor, an überholten Rollenbildern festzuhalten. Und deshalb ist das, was sie mit diesem Betreuungsgeld machen, eine Katastrophe dahingehend, weil es eine gesellschaftliche Rückwärtsgewandtheit ausdrückt, die mit unseren Vorstellungen über eine moderne und aufgeklärte Gesellschaft nichts zu tun hat. Die Grünen kritisierten, dass das Betreuungsgeld die Berufschancen von Frauen mindere. Mädchen sind besser in der Schule. Frauen haben die besseren Abschlüsse. Und die Merkel-Koalition will, dass diese Frauen zu Hause bleiben. Die CSU hatte für das Betreuungsgeld zwischenzeitlich sogar den Bruch der Koalition riskiert. Heute nahm sie die Opposition aufs Korn. Was ich erschreckend finde, ist, dass es ihnen auch darum geht, sich als Staat so wahnsinnig in die einzelnen Familien einmischen zu wollen. Ja, warum denn eigentlich? Warum vertrauen sie den Eltern in unserem Land so wenig? Acht Abgeordnete der Regierungsparteien verweigerten dem Betreuungsgeld ihre Zustimmung. Auch Staatsministerin Cornelia Pieper. Denn sie hält Krippen für wichtige Bildungseinrichtungen. Die Gehirnforschung hat längst nachgewiesen, dass der Mensch nie wieder so schnell lernt wie im frühkindlichen Alter. Und es sind die wichtigsten Schätze, die wir haben. Unsere Kinder, die Köpfe, in die wir investieren. Und deswegen halte ich die Entscheidung für falsch. Nach dem Betreuungsgeld beschloss der Bundestag auch die Abschaffung der ungeliebten Praxisgebühr einstimmig. Mit dem Betreuungsgeld hat die schwarz-gelbe Koalition ihr wohl umstrittenstes Projekt durchgedrückt. Doch in trockenen Tüchern ist das Gesetz damit noch immer nicht. Denn die SPD hat bereits den Gang vor das Bundesverfassungsgericht angekündigt. Ausgang ungewiss. Über das Betreuungsgeld war jahrelang gestritten worden. Die Opposition bezeichnete es von Anfang an als Herdprämie. In der Koalition setzte es die CSU gegen Bedenken vor allem in der FDP durch. Wir zeichnen den Streit nach. Sollten Kinder unter drei Jahren besser in der eigenen Familie sein oder in einer Kita? Der Streit um diese Frage zieht sich vom ersten Tag an wie ein roter Faden durch die Debatte um das Betreuungsgeld. Schon in der großen Koalition einigen sich Union und SPD, Familien, die kleine Kinder zu Hause erziehen, ab 2013 einen Zuschuss zu zahlen. Nach der Bundestagswahl 2009 schreibt die neu gewählte christlich-liberale Koalition das Betreuungsgeld im Koalitionsvertrag fest. Auf Betreiben der CSU. Die Opposition macht mobil. Sie hält das Betreuungsgeld für einen Rückfall in alte Erziehungsmuster. Der Kampfbegriff von der Herdprämie vergiftet das politische Klima. Die Fernhalteprämie von Frauen, von Arbeitsmarkern, von Kindern, von den Bildungschancen ist das, was Sie in der Realität organisieren. Sie verschlimmern die soziale Spaltung zulasten von Kindern in diesem Land. Lassen Sie diesen Blödsten, diesen Rückfall in ein völlig antiquiertes Frauenbild und des 19. Jahrhundert. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen dieses Geld dringend für die Kinderbetreuungsstelle. Ihre Bedenken formulieren auch Unionsabgeordnete in einem Brief. Die Opposition verhindert vor der Sommerpause die Beratung des Gesetzes. Ihre Abgeordneten bleiben dem Plenarsaal fern. Der Bundestag ist nicht beschlussfähig. Der CSU-Vorsitzende droht mit dem Ende der Koalition. Ich sage auch im Auftrag meiner ganzen Partei, die CSU würde ein Scheitern des Betreuungsgeldes nicht hinnehmen. Bei der ersten Lesung fordert die Familienministerin ein Ende der ideologisch aufgeladenen Debatte. Wer sein Kind mit einem Jahr in die Kita gibt, der ist nicht herzlos. Und wer sein Kind auch nach dem ersten Geburtstag noch zu Hause erzieht, der ist nicht hirnlos. Alle Eltern verdienen unseren Respekt und unsere Unterstützung und darin sollten wir uns einig sein. In der Nacht zum Montag dann die Entscheidung. Der Koalitionsgipfel endet mit einem Kompromiss. Horst Seehofer bekommt das Betreuungsgeld. Die FDP geht mit der Abschaffung der Praxisgebühr nach Hause. Wem nützt das Betreuungsgeld? Wie viel kostet es? Und welche Erfahrungen haben andere Länder damit gemacht? Auf tagesschau.de beantworten wir die wichtigsten Fragen zum Thema. In der Nacht hatte der Haushaltsausschuss den Etat für das kommende Jahr überarbeitet. Demnach kommt der Bund mit weniger neuen Schulden aus, weil die Steuereinnahmen steigen. Für 2013 sind nun Ausgaben in Höhe von 302 Milliarden Euro vorgesehen. Die Neuverschuldung ist mit 17,1 Milliarden Euro veranschlagt. Das sind 1,7 Milliarden Euro weniger als ursprünglich geplant. Nach der Auseinandersetzung um das Betreuungsgeld stehen der CSU neue Auseinandersetzungen bevor. In Bayern ringt sie mit dem Koalitionspartner FDP um die Frage der Abschaffung der Studiengebühren. Diese waren vor fünf Jahren von der CSU eingeführt worden. Einer von den Freien Wählern angestrebten Abschaffung will sich Ministerpräsident Seehofer nun aber nicht entgegenstellen. Der Regierungspartner FDP dagegen beharrt auf den Gebühren. Bis zu 500 Euro zahlen Studenten in Bayern pro Semester. Per Volksbegehren wollen die Freien Wähler diese Studiengebühren abschaffen, haben das beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingeklagt und die schwarz-gelbe Regierungskoalition damit ein Bedrängnis gebracht. Die CSU hatte die Gebühren 2007 eingeführt. Jetzt denkt sie offen über deren Abschaffung nach. Und auch der Parteichef liebäugelt damit, dass die Politik dem Volk zuvorkommt. Nach meiner Einschätzung würde ein Volksentscheid über die Studiengebühren Abschaffung die Mehrheit finden. Also sie würden durch das Volk dann abgeschafft. Dazu kommt, nur in Bayern und Niedersachsen gibt es überhaupt noch Studiengebühren. Nach der Landtagswahl in Niedersachsen im Januar könnte Bayern langfristig das einzige Land bleiben, in dem Studenten zahlen müssen. Doch die Fronten in der Bayerischen Koalition sind verhärtet. Die FDP will unter allen Umständen an den Gebühren festhalten. Wir weisen auf die Vereinbarung im Koalitionsvertrag hin. Das ist ja übrigens auch etwas, was unser Koalitionspartner auch gerne in Berlin einfordert. Auch der Druck der Straße steigt. 2500 Demonstranten forderten gestern in München die Abschaffung der Studiengebühren. Die SPD rechnet zwar nicht mit einem Ende von Schwarz-Gelb in Bayern, kritisiert aber den Kurswechsel der CSU. Und jetzt sieht man die eigenen Fälle davon schwimmen und möchte so tun, als ob man an der Spitze der Bewegung gestanden hätte, was nun wirklich eine dreiste Nummer ist. Zwei Tage Koalitionsgipfel sind am Wochenende in der Bayerischen Staatskanzlei angesetzt. Ausgang völlig offen. Die Verhandlungen über den Haushalt der Europäischen Union für 2013 und einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr sind vorerst gescheitert. Die 27 Mitgliedstaaten und Vertreter des Europaparlaments brachen ihre Gespräche in Brüssel am Abend ohne eine Einigung ab. Sollte eine Verständigung bis Dienstagabend nicht doch noch gelingen, muss die EU-Kommission einen neuen Vorschlag für den Haushalt machen. Nach seinem Wahlsieg hat US-Präsident Obama Details zu seinem künftigen Kurs in der Wirtschafts- und Finanzpolitik bekannt gegeben. Um über den Abbau der Staatsverschuldung zu verhandeln, wolle er sich mit allen politischen Führern des Parlaments an einen Tisch setzen, kündigte Obama an. Trotz seines Wahlsiegs muss sich der Demokrat mit den unterlegenen Republikanern verständigen, die in der zweiten Kammer, dem Repräsentantenhaus, die Mehrheit haben. Vor einer knappen Stunde im Weißen Haus, ein energisch wirkender Präsident geht vor die Presse und bietet unter großem Applaus seine Kompromissbereitschaft an, um doch noch eine Lösung im Haushaltskonflikt zu finden. Um es ganz klar zu stellen, ich bin nicht mit jedem Punkt in meinem Plan verheiratet. Ich bin offen für neue Ideen. Ich tue alles, um unsere steuerlichen Herausforderungen zu lösen. Auch nach der Wahl haben die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Sollten beide Lager weiter einen Kompromiss blockieren, würde das Land über die sogenannte fiskale Klippe stürzen. Dann drohten ab dem 01.01.13 automatische Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen von 600 Milliarden Dollar. Die Staatsausgaben würden um 200 Milliarden gekürzt, etwa im Gesundheitssektor, bei der Arbeitslosenhilfe und im Verteidigungsetat. Und zudem würden Steuererleichterungen in Höhe von 400 Milliarden Dollar auslaufen. Obama und sein Verhandlungspartner John Boehner, zwei Männer, die sich bislang nicht schätzen und nicht vertrauen. Doch auch der republikanische Mehrheitsführer zeigt heute Kompromissbereitschaft. Wir beide verstehen, dass wir einen Weg finden müssen, um die Haushaltsklippe zu verhindern, im Interesse unseres Landes. Und im Interesse beider politischer Lager. Denn die automatischen Kürzungen schmerzen Demokraten und Republikaner gleichermaßen. Man wird sich also zusammenraufen müssen, um die Klippe zu umschiffen. Nicht mit einem großen Wurf, sondern mit einem Provisorium, um Zeit zu gewinnen und die jeweilige Basis auf drastische Einsparungen einzustimmen. Russlands Präsident Putin treibt den Umbau der Streitkräfte weiter voran. Wenige Tage nach der Entlastung des Verteidigungsministers wechselte er auch die Armeespitze aus. Neuer Generalstaatschef wird Valery Gerasimov. Putin empfing ihn mit dem neuen Verteidigungsminister Shoigu im Kreml. Gerasimov war Kommandeur im Tschetschenienkrieg. Unklar ist, inwieweit er Putins Kurs in der Militärpolitik stützt. Der Präsident plant eine grundlegende Reform. Die zunehmende Gewalt in ihrem Land treibt immer mehr Syrer in die Flucht. Allein in den vergangenen 24 Stunden kamen nach UN-Angaben 11.000 Menschen über die Grenzen, 9.000 davon in die Türkei. Die übrigen flohen in den Libanon und nach Jordanien. Mittlerweile bietet die Türkei im Grenzgebiet fast 120.000 Flüchtlingen Schutz. Die meisten sind in Zeltlagern untergebracht. Hilfsorganisationen warnen, die Versorgung der Menschen sei nicht gesichert. Tausende Anhänger der radikal-islamischen Salafistenbewegung haben in Kairo die Einführung der Scharia gefordert. Das islamische Recht sieht unter anderem harte Strafen wie Auspeitschungen oder Steinigungen vor. Die Demonstranten versammelten sich nach dem Freitagsgebet auf dem Tahirplatz. Hintergrund ist ein Streit zwischen den Islamisten und den liberalen Kräften über die neue Verfassung Ägyptens, an der derzeit gearbeitet wird. In Berlin ist heute an den Fall der Mauer vor 23 Jahren erinnert worden. Es war am Abend des 9. November 1989, als SED-Politbüro-Mitglied Schabowski den inzwischen berühmt gewordenen Zettel aus der Tasche gezogen und die sofortige Ausreisefreiheit für die DDR-Bürger verkündet hatte. Die Nachricht löste einen Ansturm auf die Grenzübergänge Berlins aus. Kerzen zur Erinnerung an den Mauerfall vor 23 Jahren am zentralen Gedenkort in Berlin an der Bernauer Straße. Am 9. November 1989 ist die Mauer für viele überraschend plötzlich kein unüberwindbares Hindernis mehr. Die Mauer ist weg! Die Mauer ist weg! Die Mauer ist weg! An diesem Tag geht für Hartmut Richter ein Traum in Erfüllung. Mitte der 60er gelingt ihm die Flucht aus der DDR, doch seine eigene Freiheit reicht ihm nicht, er wird Fluchthelfer. Es hat mir Freude bereitet, da Leuten rauszuhilfen. Ich hab mich immer selbst gesehen, mich hätten sie noch beinahe erschossen im Kältekanal. 33 DDR-Bürger schmuggelt er mit seinem Auto in den Westen. Doch ausgerechnet, als er seiner Schwester hilft, fliegt er an der Grenze auf. In dem Moment bin ich an die Wand geflogen, Arme hoch. Wir haben mir zwischen die Beine geschlagen, das hat unheimlich weh. Also in dem Moment muss ich ihnen sagen, als ich dann sagte, erschießt mich doch hier Verbrecher, so vor Schmerz, ja, da hab ich so ernst gemeint. In dem Moment, also klar, was soll da noch kommen, ja. Er wird zu 15 Jahren Haft verurteilt und nach 5 Jahren von der Bundesrepublik freigekauft. Für Roland Jahn haben Zeitzeugen wie Hartmut Richter über den 9. November hinaus eine besondere Bedeutung. Zeitzeugen sind ganz wichtig, weil sie uns berichten können, wie das Leben hinter der Mauer war, wie die Diktatur funktioniert hat in der DDR. Und daran wird es immer zu erinnern. Noch immer gibt es keine verlässlichen Angaben über die Zahl der Todesopfer an der innerdeutschen Grenze. Ein Forschungsprojekt soll das bis 2015 klären. In vielen Städten wurde heute an die Pogromnacht vom 9. November 1938 gedacht. In Chemnitz erinnerten Vertreter der jüdischen Gemeinde und der Stadt an die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten. Am Mahnmal für die zerstörte Synagoge legten sie Grenze nieder. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 waren deutschlandweit tausende Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnhäuser zerstört worden. Hunderte Menschen wurden getötet, zehntausende in Konzentrationslager verschleppt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 10. November. Tiefausläufer sorgen morgen von Westen her wieder in vielen Landesteilen für Regen. In der kommenden Woche bestimmt dann ein Hoch für einige Tage unser Wetter. In der Nacht schließen sich die meisten Wolkenglücken wieder. In der Westhälfte fällt gebietsweise Regen. Im Osten und Südosten bleibt es trocken und oft klar. Morgen gibt es in Sachsen und Teilen Bayerns längere freundliche Abschnitte. Sonst überwiegen die Wolken und von Südwesten her breiten sich weitere Regenfälle nordostwärts aus. Die Sonne kommt nur hier und da mal durch. Morgen schwacher bis mäßiger, im Norden frischer Wind. Im Norden und Westen mit starken, auf den Bergen zum Teil stürmischen Böen. Heute Nacht Tiefstwerte zwischen 8 Grad unter den Wolken im Westen und 0 Grad im Bayerischen Wald. Morgen werden ganz im Norden 8, sonst 9 bis 13, im Alpenvorland bis zu 16 Grad erreicht. Am Sonntag in der Südosthälfte Regen, im Süden auch länger anhaltend. Sonst mal Sonne, mal Wolken und vor allem an der Nordsee Schauer. Montag und Dienstag wieder ruhiges Wetter mit Sonne, Wolken und Nebel. Um 21.45 Uhr begrüßt Sie hier Karin Joska. Der politische Endspurt beim Betreuungsgeld, das ist eines unserer Tagesthemen. Und wir zeigen Ihnen Bilder der Berliner Mauer, die einst heimlich im Osten der Stadt aufgenommen wurden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020